ladies gentlemen und diverse leute hier wir wollen auch alle drei alle geschlechter hier eben ansprechen ladies gentlemen und divers willkommen zu meinem scheiß schrottspiel da ist ein alien ok ok ja jetzt kann ich die tot schießen die tot schießen nicht fotografieren ach da unten links ist meine leben was ihr nicht seht egal ich mache weiter stirb 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 das bist du du bist ein raumschiff oh gott oh gott oh gott oh gott was war das noch einer noch einer ich sterbe noch in dieser aufnahme ich werde gleich noch sterben ich sehe es schon kommen das spiel ist auch ziemlich empfindlich jetzt noch nachstellen ich kann nur sound und noch mal starten weiß gerade aus was ich beendet habe läuft noch einer noch einer geister die irgendwie stirb stirb gott was war das wo kommst du denn her irgendwo ist doch ein geist irgendwo ist doch ein geist hinter mir hinter mir ich erschrecke mich jedes mal da haben wir es kurz gesehen ein new game auf ein neues man kommen die überall her so viele türen so viele türen und ich weiß nicht mal ansatzweise wo am ende ist ich glaube man soll da gar nicht hin alter alter geist 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 gott so leute jetzt bin ich wieder da beruhigt habe ich mich nicht das spiel ist immer noch scheiße so jetzt richtig fertig stirb 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 momentan weiter stirb 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 Ok das war dein schlechtes Try überhaupt zurück Geist Geist Ich habe keine Musik mehr, ich bin tot Guten Tag Leute, neuer Tag, neues Glück Ich versuche es nochmal, ich habe gestern eigentlich schon gesagt Ich habe keinen Bock mehr, aber 26 Minuten habe ich noch eine halbe Stunde aufgenommen Es reicht noch nicht ganz Deswegen, wir versuchen es noch einmal, ok? Tot Ich will jetzt irgendwas besonderes, nein Nur ein Gegner Aber ich habe ihn besiegt Haha Ich bin so gut, G-U-H-T Ich bin so gut, G-U-H-T Ja, lauf Flieht von meiner Macht Des Fotoapparates Ich brauche Leben, ich brauche noch ein bisschen Leben Die kamen von alleine, die kamen von alleine, die Gegner Beste Taktik alt eigentlich Einlocken, weglaufen Oh, oh, oh Mieser Trick, mieser Harald, mieser Harald Oh, da, da ist glaube ich das Das Portal Ich glaube, ich habe das Ende gefunden vom ersten Teil Hier Oh Gott, wo bin ich jetzt denn? Du jetzt eine Harbuse Ich komme nicht zurück Ganz cool bleiben, Bären Ganz cool bleiben Es sind nur irgendwelche 8-Bitch-Gegner Was sind das für große Frauen? Ich will doch nur zum Stirb doch Ach, schon wieder der Da ist wieder ein Fernseher Gott sei Dank Wo bin ich jetzt denn? Ich will nicht mehr Cool Puh, 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 puh Puh, puh, puh Okay, das Level finde ich eigentlich nicht cool Hier ist keine blöden Geister Vielleicht haben wir es ja auch gleich durchgespielt Oh, nö, sagt man, ich muss zurücklaufen Oh, hier ist das so Oh, man, man, man Hä? Den Move muss ich jetzt nicht verstehen Oh, nö, ach so, wozu sagen, wie eine Sackgasse Ich habe noch zwölf Leben Ich habe noch zwölf Leben Neun Oh Gott, krass Ich hasse dieses Spiel Ich hasse es Ja, Leute Das war mein zweiter Versuch Oder mein neuer Versuch An einem anderen Tag Ich hoffe, ihr hattet Spaß Und, äh Auf Wiedersehen Und, äh